Radio ZUSA. Wir bleiben zu Hause. Bildung at Home mit der Volkshochschule Region Lüneburg. Mein Name ist Katrin Meinecke und ich arbeite bei dem Projekt TAF, Teilhabe am Arbeitsmarkt für Flüchtlinge bei der VHS Lüneburg. Meine Kollegen und ich beraten Migranten bei dem Transfer in Arbeit, bei der Arbeitssuche und auch bei dem Weg, welche Arbeit kann ich finden, eine Ausbildung machen, noch einmal studieren oder ähnliches. Mein Tipp für die Zeit jetzt während des Coronavirus, weil die Teilnehmer auch nicht zu uns an die Schule kommen können, ist, dass sie selber im Internet auf jeden Fall schon recherchieren können und sich Informationen suchen können zu den jeweiligen Berufen, für die sie sich interessieren. Und ganz wichtig ist dabei, dass sie vor allen Dingen auch weiter an der deutschen Sprache üben. Denn wenn man nicht übt, ist es wie beim Sport. Man geht auf Null zurück. Und auch das ist wichtig für das Arbeiten und für den Sprachkurs weiterhin. Die Sprache ist der Grundpfeiler für die Integration. Ich bin weiter für Sie erreichbar per E-Mail unter der Adresse taf.lueneburg.de. TAF, T-A-F, Teilhabe am Arbeitsmarkt für Flüchtlinge. Vielleicht sehen wir uns ganz bald wieder auch persönlich.